Mädchen, willkommen in Leyen-Katal. Wir werden euer einziges Kommunikationsmittel mit der Außenwelt sein. Natürlich solltet ihr weder aussehen wie ein Pummelchen noch wie ein Skelett. Die perfekte Frau gibt es nun mal nicht. Deswegen muss ich sie erschaffen. Ich rechne mit etwa 6 Millionen Pesos. Seit Jahren hatten wir nicht mehr so ein Exemplar. Nein, so jemanden hatten wir noch nie. Wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, werdet ihr die ganze Zeit beobachtet. Wenn ich nicht mal mit zwei Mädchen fertig wäre, wäre ich der Falsche für das Amt. Sie alle streben nach der Krone. Glaubst du wirklich, dass die Schönheitswettbewerbe irgendwas bringt? Die Krone ist das Einzige, was dich noch retten kann. Mexiko erwartet eine paradiesische Show. Wir zeigen Ihnen, wie die Rolle in La Encantada aussieht. Mit jástern passen Sie mitbé cosa verraten dich. Alle informieren Sie in dieiegen fl rate und Sono verraten, Alle informieren Sie in denitu zu können. Sie alle haben schlafen oder so.